Hallihallo, habe die Ehre und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Wall of the Wisps. Wir gehen nach dorthin. Gehen auf die Suche nach dem letzten Lichtfragment. Gehen auf die Suche nach. bin ich noch gekomm' ja wieso ach so brauchen wir gar nicht mehr ja 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 wir können ja unter Wasser atmen oh, was am I okay quasi dort hinauf so wie das ausschaut ja 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 nein Nein. Oh, ha. Kein Versuch, was wird. Bleib locker. Ich hab jetzt die Action gemacht, oder was? Kranz, kurz zu fixen. Hm. 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 Aber das ist nicht unser bestimmter Weg. Ich hab ja keine Versuch zu kommen. Hm. Waben. Ja. Wie kann das ja gewinnen? Wollen... ...wollen. Wollen. Wollen... ...wollen... ...danswit. Wollen. Ich habe mich überhaupt nicht vermisst. Oh Gott, ehrlich. Und dann muss ich das mit dem hier hoch... Ja, Mahlzeit. Ja, 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 ja. Äh, jep. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich mach' mir so erstmal den Self-Point. Okay, das müssen wir kaputt machen. Ich weiß nicht, dass es da unten gibt. Stoßangriffe verursachen Schaden. Ah ja. Okay, das machen wir auch noch mit kaputt. So, wir haben eine Abkretzung. 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 No good Okay Da haben wir die Jahre. Da haben wir den Geheimen geheimen. Da haben wir den Geheimen geheimen. Far away. Au. Der gelang gerichtig. Ich weiß es nicht. Wenn ich ihn auch treffen würde. Hm. Ah ja. Der gelang war richtig. Ok, das da oben ist nur ein Geheimnis. Das holen wir mal schnell. Das hat auch sehr. Wenn man das dann macht, hat das dann einen Geheimnis passt, Wer hat den Geheimnis? Das war's für heute. 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 Ach, ich liebe sie. Das war's für heute. Was kriegen wir jetzt noch für eine Fähigkeit? Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist jetzt die Kurzanbindung. Da geht's hier weiter. Das war's für heute. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, jetzt spring ich daneben. Hallo? Gut. Und dann was, da ist was? Ich da rüber. Wo will ich hin? Aha. Ich muss eine Luftblase mitnehmen sollen. Ich muss hier unten was zum Aufmachen. Oh. Okay. Ich hab noch zu spät. Warum will ich dich? Also was will ich hier? Ich hab verstanden. Ich hab noch nicht. Äh, Luftblasen? Ah, Luftblasen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist das Ziel von der Rallye. Dort ist der Start. Dort. 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 Nein! Kommer des Ah! Ha! Draven! Ja! Ah, fuck. Nein. Ah, fuck. Ja, was ist hier falsch? Kann ich schneller gehen? Okay. 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 Hier, das war der Angel. War der Angel, Moki? Ah, das tue ich mir jetzt nicht noch mal an. Wart mal doch schon. Ich muss sie die killen. Aber... Neh. Das war's. Lassen Feinde mehr Energiekugeln fallen. Gut, die Geisterprüfung machen wir im neuen Video. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es daugt euch genauso wie mir. Wir kommen dem Ziel immer, immer, immer näher. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Habe die Ehre und Servus!